Ja? Es wird gleich was ganz Schlimmes passieren bei Minecraft. Krass! Willi kommt online und... Dann sag bitte... Alter, wer hat mich gerade gekickt? Alter, du hast Willi da irgendwie 10 Minuten sitzen lassen und sein Handy suchen lassen. Und jetzt wussten alle, dass du das Handy hast. Ja, aber... Willi hat alles bei mir durchsucht. Das Versteck war schon genial. Ja, es war halt für seinen Sitz, ne? Nein. Sondern? Hinter seinem Sitz. Es war in meinem Ärmel drin. Und dann habe ich es halt in den Sitz getan. Unter den Sitz. Und dann... Oh, guck mal! Cool! Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Ich weiß es nicht. Ich hatte dich auf jeden Fall nicht geschlagen. Ich habe dich auch nicht geschlagen. Ich habe dich nicht geschlagen. Ja, 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 ja. Hör auf zu mir. Wenn du überhaupt sitzt, was ich geschlagen habe, dann kann ich dich gern mal schlagen. Tim, wollen wir jetzt echt mal die Aume beenden. Die Aume? Die Aume beenden? Die Aume beenden. Die Aufnahme beenden. Der Klang ist bei euch gerade echt so. Der Klang ist bei euch gerade echt so. Der Klang ist bei euch gerade echt so. Ich habe Aufnahmen gesagt. Ohne Mist jetzt. Ganz normal. Du hast Aume gesagt. Ich habe Aufnahmen gesagt. Du hast Aume gesagt. Alter. Du hast Hobbit gesagt. Alter, deine Oma hat Hobbit gesagt. Du hast wirklich, ist scheiße, weil er nicht zurückkommt gesagt. Ach stimmt. Das hast du jetzt gesagt. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss mal kurz noch die Brücke zu Ende machen. Okay. Naja. Mach nur deinen Scheiß. Vor allem, was wir auf Facebook wieder Leute posten. Irgendwelche hässlichen Augen. Hä Augen? Achso, ob das weiß ich. Ach ja, du bist so lustig. Hä? Hi, Franz. Willst du noch irgendwas Dummes sagen, bevor wir die Aufnahme beenden? Franz. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Franz. Franz. Nein, stopp. Stopp. Kannst du bitte für uns noch kurz Willi auf Facebook vollspielen? Nein. Tschüss. Bitte. Bitte, Franz. Also, ich schneide es nicht raus. Das habe ich gerade so entschlossen. Ja. Was soll denn das? Also, wir müssen alle, die jetzt gerade im TS-Server sind, mal fragen, ob sie Willi vollspielen kommt. Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, die sind eigentlich... Oder wir schreiben einfach alle Freunde von Willi auf Facebook an, ob sie mit Willi stand. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ja. Stimmt, es ist halt niemand auf TS-Online, der mit Willi befreundet ist. Tja. Ja. Wer ist schon mit Willi befreundet? Entschuldigung. Ja. Ich nehme es zurück. Ach komm. Bis dahin sind wir sowieso. Ach, Gronkh. Bis dahin sind wir. Hier, Basti, deine ganzen Sachen liegen hier rum. Ja, sorry. So, what? Ich will leider gerade statt im Server im Singleplayer aus Versehen. Ja, ja. Upsi. Aus Versehen. Ich gehe immer so tiefmäßig. Ja, ja, ja. Wo bin ich denn eigentlich? Ja, ja, ja. Wo liegen denn meine Sachen? Ja, ja, ja. Wo ist denn hier das Stroh? Basti, bist du eigentlich auch mit Paul befreundet, der gerade den Kürbis gepostet hat? Äh, ich... Welcher Paul? Der war kein... Kennt ihr nicht? Kennst du nicht? Ich... Eigentlich hoffe nicht. Ich muss da gucken. So dumm, Alter, die haben irgendwie Abi oder keine Ahnung oder sind... Was weiß ich wie alt? Und die sind so kindisch. Also echt, Tim, das... Das ist schmerz. Äh, welcher Paul denn? Paul G. Von dem 1 Server. Nein, Paul H. Äh, aber den kenn ich noch nicht, wa? Auch. Auch. Naja. Naja. Fail, Jule. Fail. Hm? Im Übrigen, ich habe niemanden, mit dem ich nur auf dem Minecraft Server geschickt hab... Äh, gespielt hab. Doch! Niemand, mit dem ich nur auf dem Minecraft Server gespielt hab, einer. Nein. Doch, du bist mit Anton H. und G... äh, und Georg... Warte, 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 warte. Ist doch scheißegal, wie der mit Nachnamen heißt. Du bist mit Anton und Georg gespeundet. Ich bin... Echt? Das, was ich jetzt noch habe. Ja. Warte. Das... Nämlich, Basti. Wollte ich nur mal... Anton. Hä? Nein, mit dem bin ich befreundet. Und maximal noch mit Georg, das kann sein. Ich bin nur mit Georg befreundet, aber nicht mit Anton. Du bist mit Melanie H. befreundet. Also ich meine, die kennst du zwar nicht von Minecraft, aber mit der hast du auch überhaupt nichts zu tun. Äh, hä. Basti, deine Sachen liegen übrigens immer noch hier. Oder mit Theo T. Mit dem hast du auch überhaupt nichts zu tun. Ja, ich habe denen aber keine Freundschaftseinreihe. Ja, aber du hast die angenommen, das ist nicht besser. Alter, regnet das schon wieder? Ich krieg die Krise. Hier liegt nichts von meinem... Au. Da liegt mindestens noch ein Bogen... Ha, du bist... Du bist mit Georg Eston, oder? Ja. Es wird gleich was ganz Schlimmes passieren bei Minecraft. Krass. Ja. Willi kommt online und... Dann sag bitte... Alter, wer hat mich gerade gekickt? Du bist so dumm, du dummes Lerl. Ich weine, ey. Geil. Geil. Und wie ich dir gesagt hab. Wie ich dir gesagt hab. Wie ich dir gesagt hab. Oh. Wie ich dir gesagt hab. Ja? Willst du eine Internetberühmtheit werden? Nein. Alter, Jule. Wie ich dir gesagt hab. Aber so geil, Anne. Okay. Ich bin ja weg. Alter. Ich freu mich ja schon auf Franz sein Gesichtausdruck, wenn er das irgendwann auf YouTube sieht. Naja. Noch einst hört. Ja, oder hört, ist ja auch egal. Ja. Pech. Wer sich in unsere Angelegenheiten einmischt, hat halt gefailt. Oh. Das gefailt doch einfach. Ha, Basti, ich weiß noch nicht. Ach Mist, du bist... Den kennst du jetzt auch von... Im RL... Maximilian N. R... RL? Ja, ich kann auch erst danach mit den Freunden tun. Es gibt jetzt nicht mit dir. It's alright. It's alright. Tim kann jetzt mal diese dämliche Aufnahme beenden und keine Lust mehr. Ja komm, wir treffen uns jetzt alle und sagen einfach mal... Das bringt ja auch den Zuschauern nichts dran. Nein, wir sagen jetzt Fick dich Donner. Komm. Wir gehen jetzt alle raus und singen den Fick dich Donner. Fick dich Donner, leck mich doch am Sack. Naja. Au. Zu diesem Thema, ne. Adios Muschachos. Ich muss vorher noch die beiden Druckplatten finden, die hier irgendwo sein müssen. Ich hoffe, nächste Folge gibt's mehr Content und weniger Kills, aber... da fällt dir eine lustige Idee ein, das könnte man das nächste Mal so als Falle TNT unter die Pressure Blades machen. Naja. Willi, äh, Tim macht ja wieder nen Bonker draus. Das ist ein Lagerhaus, da dürfen keine Fans da rein. Darum machst du auch nen Bonker draus. Du bist der Bonker. So. Ist es nicht eigentlich dumm, unser normales, äh, unser normales Haus zum Lagerhaus zu machen, bevor wir ein normales Haus haben? Nein, Basti, das ist richtig schlau. Naja, eben. Aber wir müssen echt mal irgendwas bauen, wo wir unsere Betten reinstellen können, weil... Ja, können wir ja nächstes Mal machen. Also, ich hab jetzt nen Baum gepennt. Ich weiß nicht, wie's mit euch steht. Ach, Kinder. Wo seid ihr alle? Ach, die Scheiße. Ach. Der sagt jetzt 3 nach Adios. So. Adios, amigos. Du, du wirst als Letzter. Tschüssi. Tim, du musst jetzt raus. Du musst nicht weg. Ich muss raus. User disconnected from your channel. Wer war das denn jetzt schon wieder? Äh, wir wollten doch jetzt sprechen, Basti, hast du das vergessen? Ja. Schreib ihn mal an. Oh, fuck. Tim? Hallo? Hahaha. Basti, wir wollten uns doch unterhalten, da kann's jetzt nicht einfach so gehen. Echt mal. Mann, Basti. Echt mal. Haha, Entschuldigung. Ich trat nur grad auf einem anderen Server. Habt ihr jetzt die Aufnahme beendet? Noch nicht. Ja, auf welchem Server was denn? Naja, auf Ams Server. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da mein Name noch Wilhelm, du scheißt, aufgefasst. Hahaha. Geil. Und wer ist, wer ist bei M noch so online? Lass mich raten. Nein, F. Nein, ist nicht online. So Leute, lasst uns mal alle ins Haus gehen, hier an die Wand. Ich bin schon da ganz drauf. Okay, Nule, dann nur noch gucken wir beide. Schade. Äh, so ist gut. Äh, ja, Freunde. Hörst du ihn? Der sehr, 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 sehr billigen Unterhaltung. Hahaha. Ähm, das war mit zwei Stunden 49 nicht gerade die längste Aufnahmesession und es war aber auf jeden Fall die sinnloseste. Es war echt, also diese Aufnahmesession war auf jeden Fall die, die unter dem ungünstigsten Stern stand und an der Stelle wollte ich mich eigentlich... Die meisten Spieler sind rausgeflogen, ja? Der eine Spieler. An der Stelle wollte ich mich eigentlich nochmal bei den Leuten bedanken, die uns das hier alles ermöglichen, zu denen unter anderem Herr M zählt. Äh, ja, beim nächsten Mal haben wir dann hoffentlich ein oder zwei Gäste parat und das nächste Mal hoffentlich ein bisschen Ja, es ist nur sehr lustig, es ist nur sehr lustig, dass eine der Mitspieler irgendwie drei Stunden vor Aufnahmebeginn rausgeflogen ist, andere Spieler vier Minuten vor Aufnahmebeginn und ein Spieler mittendrin, ne? Das ist vielleicht auch noch festzuhalten. Und wir wollen auch noch festhalten, dass eine Spielerin vom Atmen des Servers rausgekickt wurde, ja? Hahaha. Da kann ich nur Opfer sagen. Ja, und es gab dann noch diesen Einspieler immer. Und tja, ich glaub das war's. Wollen wir uns noch kurz bei den Zuschauern entschuldigen für die vorangegangenen Folgen, wie schlecht die waren und so? Es tut uns wirklich leid. Eigentlich nicht, aber wir sagen es einfach mal. Ja. Du musst auch solche Sicherheitshinweise, dass die folgende Sendung kann Gesundheitsschäden bei ihnen und ihren Kindern hervorheben. Tja. Bei allen Dingen geistig. Na dann, Freunde. Freunde, Seichenunterhaltung. Das waren Timo, Jule und Basti von CMI, unter anderem auch Willi und ja, Franz. Vor ein paar Folgen. Falls euch nicht mehr erinnert. Auch mal vorbeischauen auf Facebook oder Twitter oder auf einem... Okay, das ist dann los. Also auf Facebook und auf Twitter. Auch irgendwelche Beleidigungs-Schlüsse unserer Folgen? Schreibt in die Kommentare. Links findet ihr in der Videobeschreibung und ja, das war's. Das bringt zwar einiges auch immer am Ende der Aufnahme zu sagen, weil es dann in einer Folge vorkommen. Ja. Alter. Na Jule, wer von uns beiden lockt sich denn jetzt zuerst aus? Ich. Tschüss. Tschüss. Verpiss dich einfach. Tim? Ja? Hast du eigentlich mal auf Ende gedrückt? Also auf nicht mehr aufnehmen, also keine Ahnung. Ich bin grad so dumm, einen Begriff dafür zu finden. Um so den... Um so den Worten eines großen Slammers zu sagen, Tim. Das nächste Mal kein Wasser mehr, das haut zu dort rein. Ja. Wahrscheinlich. Na ja. Weil jetzt noch alle Collegies im Chat bei Willi entschuldigen. Nee. Doch. Eventuell mal nicht. Können wir gern machen. So. So denn. Also. Zwei Stunden. Zweiundfünfzig und... Ja. Vierzig Sekunden. Das war's. Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Wollt ihr auch nochmal Tschüss sagen? Adiosos. Wo ist Tschachos? Hast du gerade Nein gesagt? Ja. Nein, Cat gesagt. Ja. Gott. Okay. Das war's. Tschau. So. Das war's jetzt wirklich. Ich hab die Aufnahme beendet. Verbindung trennen. Ja, warte mal. Ich muss erst noch meine Tonspur beenden. Ohohohoh. Ohohoh. Ohohohoh.